Aktuelle Ausstellungstipps aus der städtischen Galerie Wollhalle in Güstrow Die städtische Galerie Wollhalle in Güstrow präsentiert die Sonderausstellung Helmut Schmidt – 100 Jahre in 100 Bildern. Es sind verborgene Einblicke in das Leben eines außergewöhnlichen Politikers, Staatsmanns und Publizisten. Anlass für die Ausstellung ist der 40. Jahrestag von Helmut Schmidts Besuch in der Barlachstadt Güstrow. Am 13. Dezember 1981 war der damalige westdeutsche Bundeskanzler hier zu Gast. Zahlreiche Schwarz-Weiß- und Farbbilder zeigen ihn als vernunftgeleiteten Politiker, aber auch als Familienmenschen und Freund der schönen Künste. Er galt als großer Bewunderer von Ernst Barlach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017